gott null orientierung natürlich was sehr feines herz 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 wenn ich hier irgendwo noch mal ein telefonhaus dann gehen wir da nämlich noch mal kurz rein wo wir noch mal hin müssen im süden war das oder tut tut ja südosten des möbendorfs südosten alles klar ja ja gehen wir hin südosten hier unten ist auch noch ein shop ich wollte ich so gerne angreifen ah ja stimmt 100 kran ja dann werden wir gleich mal hier anfangen dankeschön mit b ach ja natürlich ja gedrückt halten raus rein auch wie doof zock ja 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 jetzt nicht zu viel im prinzip ist es ja nicht so schwer irgendwie habe ich das damals nie geschafft ja komm bisschen schneller dankeschön du hast eine joshie puppe bekommen endlich du liebst joshi tue ich das du fragst mich seit wann darüber habe ich noch nie nachgedacht ich weiß nur dass man diese joshie puppe zum stadt eines tausches braucht wo es beginnt weiß ich jetzt gerade gar nicht so südosten ist für mich hier aber die sagt mir auch wieder dasselbe so oh mein gott ah ne ne wenn ich jetzt oh ne ich muss hier hin und ich suche das verdammte scheiß alter 5 goldene blätter sollen wir finden mit der schaufel ey ne das kann echt nicht sein das kann es echt nicht sein du suchst und suchst und suchst und musst eigentlich nur ganz simpel oh wie blöd ist das man spielt und spielt und sucht und sucht und warum habe ich hier schon bin ich echt doof ach ne ich suche ja ja ich mach das wegen den herzen aber ey das ist ja richtig ätzend oh gott ich weiß nicht das Gefühl ist gerade so zwischen Wut, Hass und Trauer ich glaube wenn ich das hebe ne ok dann muss ich da woanders aber ne ich muss bei den Typen irgendwie da hinter da ausgang ach verdammte scheiße du 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 ne es ist auf jeden Fall ärgerlich ja ja 10 minuten klasse natürlich sehr sehr ärgerlich ne da ging es doch irgendwie lang ja da hast du mir ja schon erzählt ja war nicht hier irgendwo der Weg ne war hier drinnen denn gar nichts das und 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 durch und ach ich glaube ich nur noch mal da rein Das ist doch hier lang Ja, das war schon Sehr doof Das ist doch hier lang Ich glaube, da komme ich doch noch gar nicht lang Naja Wie doof Gut Ich werde jetzt hier einen kleinen Cut machen Und wir sehen uns Dann im nächsten Part wieder Wo wir dann hoffentlich mehr Orientierung haben Bis dahin Tschüss 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 Bist